Wenn man sich jetzt noch überlegt Wie das was ist jetzt gerade Ich habe keine Ahnung Was geht denn hier alles durch? Das sind Eisen, Kohle und Eisen und Kohle Es geht so schnell Kommt denn unser Ofen noch hinterher? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus Warum wird denn das hier gar nicht mehr rausgezogen? Achso, es dauert ein bisschen, ja klar Es wird aber, glaube ich, schnell genug rausgezogen Und wenn, können wir es ja auch so machen So Ja, ich glaube, hier wird immer noch fleißig Gecraftet von dem Lagersystem So ein MV herzustellen Ist natürlich gar nicht mal so leicht Das krasseste wird ganz ehrlich hier gemacht Ja, Kupferkabel Hier wird ganz ehrlich das krasseste hergestellt Oder das meiste hergestellt Und wo blinkt es noch ganz farbenfroh? Nee, eigentlich nur Eigentlich am krassesten wirklich hier Aber das könnte auch sein Weil hier auch ganz viel lang geht Hier oben geht schon einiges rein Was haben wir denn hier? Achso, das ist ganz normal der Solarpanel Nee, was wird Was ist das hier nochmal? Doch ein ganz normaler Solarpanel Ja, müssen wir noch ein bisschen warten Und jetzt stellt euch mal vor Was hier im Lagersystem los wäre Wenn wir ein HV Tatsächlich bestellen würden Alter Schwede Da ist er noch nicht Nee Krass Hier ist immer noch Eisenerz Und Golderz Was noch nicht Äh Umproduziert wurde Ich will mal ganz kurz nach hinten gucken Woran das liegen könnte Der holt sich gerade mehr aus dem Query Was da so kommt Aber nicht wirklich das Was wir da selber so reingehauen haben Hm Okay, der lädt jetzt so langsam wieder auf Das ist auf jeden Fall gut Das ist auch momentan wichtiger Echt als der Massfabrikator So Ich bin jetzt am überlegen Um das Um das Lagersystem nicht extrem zu überlasten Wie wir das machen Und das Holz in Kohle umwandeln Tja, um ehrlich zu sein Wüsste ich überhaupt nicht wie Ich würde das aber glaube ich Eher machen mit zwei Öfen Dass wir zwei Öfen laufen lassen Jetzt fängt das schon wieder an zu regnen Ich dreh durch So, ich bin wie gesagt gerade am überlegen Wie wir das am besten machen Könnten wir den nicht sogar den hier mit einbinden Könnten wir den nicht sogar den hier mit einbinden Ist jetzt auch ein bisschen doof Da wir das hier dahinter gebaut haben Passiert nicht mehr wirklich was hin Naja doch, wir könnten So, dann könnten wir hier noch einen hinsetzen So in der Art jedenfalls Oder wir bauen den wirklich hier hinten irgendwo noch mit hin Müssen wir allerdings gucken Wo wir dann den Strom herkriegen Den müssten wir dann von hier irgendwo abzwacken Wie cool, dass hier auch Rasen liegt Das ganze Holz in Strom umwandeln Nee, nicht das Holz in Strom umwandeln Das Holz in Kohle Wie gesagt, ich würde glaube ich lieber zwei Öfen verwenden dafür Wir bauen erstmal die Öfen So, wir bauen zwei Induktionsöfen Dafür brauchen wir Kupfer Dafür brauchen wir einen Advanced Machine Block Und einen Electric Furnance Die Electric Furnance Ah, na guck mal was hier angekommen ist Den bauen wir erstmal auf Und dieser Regen, der ist so am nerven Ich mag Regen nicht Und wir fahren nochmal hin und gucken Wie der Query aussieht So Das machen wir jetzt einfach mal Ich glaube ich möchte hier auch irgendwie einen Tunnel drum bauen Also wenn es so regnet und sowas Oh, der findet tatsächlich eine Mine Ich drehe am Rad Da ist echt tatsächlich eine Mine Und da ist auch wieder Wasser Das heißt, wir müssen uns auch mal so langsam ein Jetpack bauen Das wäre auf jeden Fall ratsam Tiefer muss er alle Male noch So, wir haben auf jeden Fall auf unserer Agenda jetzt wieder ein bisschen was zu tun Ich warte trotzdem immer noch auf eure Vorschläge Ob wir eine zweite Staffel jetzt anfangen sollen Ob wir neu anfangen sollen Irgendwo anders Vielleicht irgendwann hier wieder zurückkehren wollen Und, 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 und Ich überlasse euch die Entscheidung Und warte da noch ein bisschen drauf Je nachdem, ob da was kommt Und wie und was da kommt Und in der Zeit bleibe ich jetzt einfach noch hier Ich habe jetzt nämlich gerade wieder Ein paar Ideen gehabt Beziehungsweise da werden wir noch einen Tunnel rumbauen Über die, um die Bahn Wir werden das hier jetzt mit der Kohle noch machen Und das auf jeden Fall Und jetzt bin ich gerade noch mal im Überlegen Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen Zwei Electric Fernands Die können wir uns ja, glaube ich Ne, Iron Fernands, aber die brauchen wir auch Die können wir uns ja bauen lassen Electric Fernands brauchen wir noch Zwei Electric Circuit, vier Redstone Vier Redstone Zwei Electric Circuit Was brauchen wir noch? Wir brauchen Kupfer Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Also 14 Was brauchen wir noch? Maschinenblöcke Carbon haben wir nicht mehr Dafür aber Coal Dust Und Advanced Alloy haben wir auch nicht mehr Und Bronze haben wir nur noch einen Das heißt, das müssen wir auch mal wieder herstellen So Ich stelle jetzt einfach mal ein bisschen mehr davon her Und Ich stelle jetzt nicht mehr Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hier haben wir auch noch was drin gehabt. Habe ich glaube ich beim letzten Mal schon mehr herstellen wollen, ne? Naja. Was soll's, umso mehr haben wir. So, dann haben wir wenigstens die beiden schon mal. Wir können jetzt noch mal zwei Hebel herstellen, beziehungsweise nur einen. Wir haben nämlich noch einen. Wenn das Lager dann mal irgendwann wieder soweit ist. Na komm, ein Stock. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Wollte grad sagen. So. Und dann brauchen wir noch auf jeden Fall ein Basisrohr. Na komm. Na komm. Alter, was ist denn da los? Ist das so krass, weil wir da so viele Steine hin und her schicken? Ich glaube fast ja. Ah. Das mag er wohl nicht. So, ein Basisrohr brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt gehen wir unten noch mal gucken. Dafür brauchen wir auf jeden Fall den Schraubenschlüssel noch. Jetzt gehen wir unten noch mal gucken, wie das da aussieht. Wie hatte ich denn das gemacht? So. Wir hatten hier oben. Der Ofen ist das. Wir hatten hier oben ganz normales Basisrohr mit den Requests. Und wir hatten hier ein Extractor Modul MK3. Und ich glaube, das war dieses ganz normale Gehäuse. Was wir dann noch mal bauen müssen. Wie hieß denn das noch mal? Gehäuse? Moment. Wir gucken erst mal nach, wie es heißt. Stimmt. Mit logistisch könnte ich es rauskriegen. Da. Ein logistisches Bestellrohr. War das ein Bestellrohr? Werkrohr? War das ein Bestellrohr oder war das ein Basisrohr? Ne, das Bestellrohr. Ah, das Bestellrohr war von hier. Das war das Bestellrohr. Das hier ist ein Bestellrohr. Alles klar. Nein, alles gut. Also müssen wir ein... Nicht ein Werkrohr. Ein logistisches Modulgehäuse Mark1 bauen. Ich glaube, das Mark1 dürfte reichen. Dafür brauchen wir ein Basisrohr mit Redstone drumherum. Ich mag Portal. Alter, warum geht denn das so lang? Alter. Geht doch. Und Redstone bitte. Geht doch. Ach, davon brauchen wir ja zwei, ne? Davon brauchen wir zwei. Hi. So. Wir brauchen, wir brauchen Basisrohr. Diamantrohr. Immer noch so viel Golderz drin. Ich weiß gar nicht, warum das nicht gedingst wird. Ich bin mir da nicht sicher, warum. So, wir brauchen noch vier Glas und zwei Redstone-Fackeln. So, dann können wir die Basisrohre erstmal wieder herstellen. Und dann können wir hier. Und wir brauchen noch mal für die Basisrohre. Und dann können wir das noch mal herstellen. Wir brauchen dann noch ein paar Jahre im home. Wir brauchen uns dann noch ein paar Jahre. So, dann haben wir die Basisrohre schon mal wieder. Wir haben jetzt die Module, das ist ja für die Extractor-Module, die wir jetzt noch bauen müssen. Genau. Extractor-Modul MK3, die brauchen wir. Dafür brauchen wir ein MK2, dafür brauchen wir ein normales. So, und dafür brauchen wir ein Blank-Modul. Haben wir noch Blank-Module? Haben wir nicht. Gut, also müssen wir es von Anfang an neu bauen. Wie wird ein Blank-Modul, Golden Nugget, oh, Papier. Oh, Papier. Papier. Gut, das sollte reichen, um Papier herzustellen. Dann brauchen wir noch Redstone und Golden Nuggets. So, dran denken, wir müssen ja alles zweimal bauen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Lapislazuli und ein Eisenzahnrad. Ich weiß nicht, ob 10 reichen. Werden wir sehen. Ein Eisenzahnrad machen wir aus Dix wieder. Na komm. Wir können ja erstmal die Blank-Module bauen. So, die Eisenzahnräder. Dann also die Blank-Module, die Eisenzahnräder. Das Lapislazuli. Und Redstone. So, damit haben wir ein Extractor-Modul oder jedenfalls zwei Extractor-Module. Fürs MK2 ein Goldzahnrad und ein Diamantzahnrad müssen wir jetzt bauen. Kriegen wir wieder ein Problem mit Diamanten. Bleibt uns nix anderes übrig. Schade. Aber was soll's. Dann hauen wir halt die Diamanten dafür weg. Dafür wird es uns ja ein bisschen was bringen, denke ich. Näh. Näh. So. Ach, wir müssen die ja zweimal bauen. Das heißt, es sind nochmal vier Diamanten. Alter Schwede. So. Hier wieder auch alles raussuchen. Stein haben wir hier. Eisen. Gold. Was war das denn jetzt? Was hab ich denn jetzt gedrückt? Keine Ahnung. Ich will das nicht. Aggrrrr. 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 Ach, Blödsinn. So, jetzt haben wir die MK3 Extractor Module und dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge dann unten alles auf. Ich bedanke mich mal wieder für euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Aufruckeестно. Doch. Ich bedanke mich mal wieder. Ich bedanke mich mal wieder. Fabian. time